Wenn du immer nur ein Video raushaust, so einmal die Woche, alle drei Wochen, was sagst du dann dem Universum oder der Menschheit oder der Energie, was dir nicht so wichtig ist? Wieso solltest du dann etwas zurückbekommen? Und das ist das Schöne, dass wir gerade eben im Bereich Social Media haben, du bekommst die Reichweite gerade noch geschenkt. Ich weiß nicht, wie lange das läuft. Ich weiß nicht, wie lange die Plattformen uns diese Reichweite noch schenken, aber jetzt hast du die Möglichkeit, 100.000 Menschen zu erreichen mit einem Video. Warum zum Teufel rennst du deine Viehbescheuheit hinterher, um dieses eine Video zu machen? Klappe, gell? Na? Wann kommt das Auto? Das ist auf dem Weg, fünf Minuten. Hört sich das Ganze jetzt angefühlt? Schnell. Schnell? Ja, ich habe mal so eine Masterclass von drei Stunden. Ja, aber auch ein bisschen weniger. Das waren, glaube ich, 40 Minuten oder so. Warum hast du das Gefühl, dass es schnell war? Es fühlt sich halt einfach schnell an. Wenn du normalerweise drei Stunden machst und erkennst, dass es ein bisschen zu viel ist für die Menschen, dann habe ich jetzt einfach gewechselt auf. Ich fand das gut. Wie fandst du es von außen? Ich fand es gut. Ich fand das sehr interessant, weil da waren einige Sachen von, weißt du noch, als du darüber geredet hast, wie man sich auf gewisse Sachen fokussieren muss und das macht man gerade als Unternehmen falsch. Mit der Webseite, ja. Ja, genau. Also viele haben ja, dass sie ein Unternehmen starten und dann sagen, ich brauche eine Webseite, ich brauche ein Logo, ich brauche CI. Und ich denke mir die ganze Zeit, wie wäre es, wenn du erst mal einen Kunden hast? Hast auch mal einen Kunden? Ein Produkt, vielleicht erst mal einmal Geld machen, um zu sehen, dass es funktioniert, weil du gibst ja Zeit und Geld in die anderen Sachen auf. Nee, ich weiß, ich habe das mit Absicht gesagt, diesen Satz mit, bevor du jetzt deine Webseite baust, mach das Social Media aus. Fotofütteln und alles. Weil, das ist halt eine Selbstsabotage von denen, das ist mir auch gefallen. Die tun dann so, ich muss jetzt die perfekte Webseite haben, arbeiten da drei Wochen dran und in diesen drei Wochen hätten sie mit den richtigen Videos zehn Kunden machen können. Genau. Und dann sehen, ob ihr Produkt funktioniert. Das ist ein Finger in die Wunde. Ich denke, ich muss fast nur die Challenge, nicht so viel zu reden, sondern immer nur den Kern von meinem Tipp zu finden und den dann lieber zu reden. Den Kern und dann auch mal ein bisschen außenrum erklären. Ja, dieses, normalerweise merke ich ja auch Sinas Geschichte, so was ist passiert, wie hat sie angefangen, welche Fehler und so weiter. Aber das braucht man gar nicht, die Menschen verstehen, sie war unauthentisch, jetzt ist es authentisch, das hat sie gemacht. Das ist der Unterschied, ja. Und deswegen, also so hat sich das für mich, das habe ich falsch gemacht. Es ist immer schwierig zu sagen, was du, ich hatte das Gefühl, es war nicht ganz so strukturiert wie normalerweise, weil normalerweise weißt du genau deine Struktur mit Gliederung, wo du hin willst. Das heißt, also nicht, dass du gesprungen wirst, sondern ich war überrascht, was zu welchem Zeitpunkt kam. So, jetzt schon hier, okay. Okay, cool, 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 cool. War so ein bisschen, weißt du, so Ninja Warrior, du springst so von einem zum anderen, aber das war interessant, weil du dann trotzdem nochmal zurück bist und zu den Tipps und bevor du das jetzt machst, ist es noch wichtig, dass du dir das und das mitnimmst, das fand ich sehr gut. Wie fandst du das? Oder hat es sich normal angefühlt? Nee, auch schon Chaos. Auch schon Chaos? Ja. Aber ich glaube, dass der Zuschauer das nicht so als Chaos wahrnimmt, aber für mich war, ich will noch das machen und ich will das. Das habe ich, ich habe so deine Gedankensprünge mitbekommen. Okay, das auch noch, das ist wichtig. Das ist wichtig und das ist wichtig. Oh, hier noch ein Mindset-Part. Und Algorithmus und Mindset-Part. Und noch was für, das war so, ich habe richtig gemerkt, aber war so, oh, ich muss so, so einen Spruch aus meiner Story muss ich noch mit reinnehmen, der ist cool. Ja. Der passt dazu. Für deine Umsetzung habe ich noch ein Mindset-Part. Das hat sich so angefühlt, ja. Aber das war cool. Ja. Das, wenn man das noch, ich glaube, das kann man noch ein bisschen finanzifizieren. Wir behalten dieses Wort. Und dann kannst du noch genauer darauf eingehen, wann was perfekt passt. Okay. Und gut. Ja. Mal schauen, dass wir gleich. Willst du jetzt eigentlich was essen gehen? Ja, ich habe es in den Bock. Ja, dann buche ich das Auto eigentlich, dass wir direkt zum Essen gehen. Ja, Taxi. Ja, das ist gut. Ja. Ja, ich habe gerade nachgedacht. Worüber? Ich, weil wir jetzt vorhin über das gesprochen haben, Business und Anfang und Social Media und so weiter, da habe ich meine Creme in den Ding. Das ist schon. Ich habe es in den kleinen Schein geschmiert. Warum? Du sollst auf die Hand drauf. Es ist schon spät, das verstehe ich. Schüppler, das ist geschmeidig. Was hast du nachgedacht? Ich habe nachgedacht. Über, wie es war, als wir angefangen haben. Mhm. Erinnerst du dich noch? Ja, sehr gut. Das ist noch nicht so lange her. Was meinst du? Ja, wie das so war damals. Ja, es war, es war lustig, weil wir, wir haben uns fast nicht gesehen den ganzen Tag. Ja, ich weiß noch, ich saß da sechs Stunden lang, am Stück, um herauszufinden, wie man ein Feed macht, dass er gleichmäßig aussieht und schön und ästhetisch ist. Alles rumgeschoben. Es sind sechs Stunden, sechs Stunden, ich erinnere mich noch. Es waren sechs Stunden. Und ich habe immer zwischendrin so Updates von dir. Jetzt habe ich das, die Farbe introduced. Das ist eine Farbe introduced. Wirklich. Ja, aber bei mir war es genauso. Ich saß auch da und habe mich in Märkte eingelesen und alles Mögliche. Und ich weiß, zwischendrin bist du auch noch zugekommen. Und ich dachte, jetzt kommt wieder ein Feed, den du zusammengestellt hast. Und dann war es aber ich als Brokkoli-Kopf. Du als Brokkoli-Kopf. Ich habe ja was Tolles und ich denke, okay, ein neuer Feed. Nein, jetzt bin ich beim Arbeiten als Brokkoli. Mit einem Brokkoli-Kopf. Ich fand es am besten, wie der Zippi immer zu dir gekommen ist. Der Zippi hat mich gehasst. Er hat dich gehasst. Also wenn wir den ganzen, den kompletten Anfang nehmen, dann saß er zwischen meinen Beinen im Auto. Und wollte dich fressen. Er wollte mich links, er hatte... Ja, er hatte dich wirklich umgekommen. Mit seinem einen komischen Zahn. Mit seinem einen Zahn, seinem alten Zahn. Ja, aber er ist dann zu dir und hat dich so gekratzt mit seiner Pfote. Ich habe es am Anfang nicht kapiert. Ich wusste nicht, was das ist. Ich so, warum kratzt der mich? Ich saß am Tisch und der Kunde so. Was will der von dir? Will er mich in den Fuß beißen? Hat er Hunger? Könntest du den positionieren, sodass ich dich beißen kann? Geht dann? Bis er da hingekommen ist, dass er gemerkt hat, dass ich gemerkt habe, okay, ich soll den anscheinend hochgehen. Ja, und dann immer ein Kissen und dann saß er da. Genau, so ein Kissen. Und dann hat er da so. Und hat auch die Pfötchen so fast auf die Tastatur. Manchmal hat er auch die Leerklaste gedrängt. Ja, und wenn er keinen Bock mehr hatte, ist er aufgestanden und hat sich auf deren Tastatur gestellt. Vor allem, er stand dann auch so. So Hilfe. I'm ready now. I'm ready. Ich kann von diesem Tisch nicht runterspringen und bin jetzt fertig. Das war süß. Aber ich weiß noch, da sechs Stunden lang. Und dein Gesicht an dem Laptop? War das, was so hell erleuchtet war? Nein, das war einfach dein Arbeitsgesicht. Ja, mein Arbeitsgesicht war die ganze Zeit so. Du musst nicht gehen. Ich habe die ganze Zeit so. Weil, das war auch lustig. Mit dicken Lippen nach vorne. Wenn du geguckt? Ich muss das jetzt verstehen. Du musst das jetzt verstehen. Ich verstehe es noch nicht. Und dann sagst du, hast du was Neues gelernt? Ja, aber ich verstehe es noch nicht. Ich weiß nicht, was ich gelernt habe. Wir haben uns nie hingesetzt und gesagt, hey, ab sofort, du arbeitest an deinem Ding und ich an meinem Ding. Und wir sind beide nicht böse aufeinander. Wir gehen uns beide nicht auf den Sack die ganze Zeit. Und wir sind nicht einversichtlich. Und nicht beleidigt oder so. Es war einfach so. Wir haben es einfach. Das war halt so. Aber hast du damals gemerkt, das ist mir immer aufgefallen, weil in beiden Sachen ist ja auch irgendwie immer was Kreatives gewesen. Und du hast immer mit deiner Kreativität mir geholfen. Bitte. Weil ich habe mir irgendwelche Sachen durchgelesen und merkte und so. Und dann kamst du, ja, ich habe das und das und das verschoben. Und dann ist in meinem, ich weiß nicht, ob das Männergehörn ist, aber in meinem Kopf ist dann, ach ja, die Sache kann ich anders angehen, was ich gelernt habe. Hä? Ja, das war, war sie so ein, bei mir haben sich neue Sachen vernetzt. Weil ich Bilder verschoben habe. Weil du mir über deine Sache erzählt hast. Das ist in deinem Männerhören so. Das ist mein Männerhören so. Das ist, das ist, das ist wie, als haben sie so neue, ich weiß nicht. Oh, sie hat ein großer Leben. Ein großer Leben, Lila. Das heißt, ich kann auch. Ich kann auch den warten. Wenn ich das und das verbinde. Hattest du irgendwann mal das Gefühl, dass es nervt? Nee. Nee, es hat sich wie Freiheit angefühlt, dass ich eben nicht die Aufmerksamkeit schenken muss. Und dass ich, ich kann mich um mein Zeug kümmern, um mein Businesszeug, ohne dass ich jetzt, du bist beleidigt. Oder mit einem Auge auf dich, weil... Habt ihr schon gegessen? Ja, irgendwie. Das ist nicht mein Problem. Aber, dass ich ja die ganze Zeit Angst habe, was du jetzt gerade fühlst und denkst und meinst und beleidigt bist und so weiter. Sondern es ist einfach cool. Wir sind cool. Aber nicht im Sinne von, wir driften auseinander. Weißt du? Es war nicht, du arbeitest da hinten und ich arbeite dort und Stück für Stück haben wir nichts miteinander zu tun. Ich weiß, es ist cool, wenn er jetzt sein Zeug macht. Wir machen gemeinsam. Binden. Ja, das haben wir ja erahnt. Das haben wir gemacht. Das war das Beste. Ja, das hat einfach, ich weiß nicht, das hat einfach Spaß gemacht. Für mich ist immer die Frage, warum wir nie darüber geredet haben. Ja, wir haben es drüber. Aber es war ja, also wir haben nie über Ziele gesprochen. Wir haben nie darüber gesprochen, dass wir sagen, wir starten jetzt dieses Business und wir machen das mit diesen Schritten. Und das und das muss passieren. Das haben wir nie getan. Wir haben einfach getan. Es gab schon eine Sache, die fand ich richtig scheiße bei dir. Hä? Untertitelung. BR 2018